Hi! Oh, schön! Das ist ja schon Thumbday-Qualität hier und dann... Uh, schöner Start! Wehe! Alter Gott, wie fährst du denn? Tut das gut! Oh, dann hab ich jemand in die Box, ich entschuldige! Hallo, Valvo! Ach, geh weg! Kann man mal machen, Valvo! Du Sack! Kann man auch mit dem späteren Bremsbuch kriegen! Ja, genau, mhm! Das gibt Stress! Oh, shit! Da raucht was! Warte ich! Da steht was! Du siehst gut aus! Die fresse! So, jetzt reicht's aber, jetzt ist aber die... ...fucking offenen Spengler! Oh, Valvo, Alter! Oh, Joker! Oh, Joker! Wie auch, Mann! Boah, ich brauche eine Aufhängung! Nein, Joker! Es tut mir leid! Scheiße! Soll zwar sowieso in die Box, aber... Aber nicht so! An die Ecke gehen noch, an die Latz! Fickige Kacke! So, den Eckstern fick ich noch weg hier! BOOOOM! Haube weg! Schön verhindert! Das gefällt dir ganz und gar nicht! Das gefällt dir ganz und gar nicht! Mensch, was? Wuhuhuhuhu Wuhuhuhu Ballwunder nicht so Links und rechts am Peppelt vorbei in der Schikane Wuhuhu Nice Du Hätte ich doch fast die Boxenausfahrt verpasst Die Strecke fällt mir durch die Schuhe Ah da hat ich denn da hinten Ahah Wuhuhuhuhu Wuhuhuhu Wuhuhuhu Aua Das merk ich mir Ich probier's auch gleich mal und Wuhuhuhu 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 Guck Hier ist holster Versuch an die Box zu kommen Muss ich mir das auch nochmal angucken Wuhuhuh Wuhuhuhu Wuhuhuh Wuhuhuh Charliegott Ich auch nochmal Wuhuhuh Ja Götz wird durchgegötzt 1,1 Sekunden Vorsprung Achtung Kamera Wuhuhuhuh Die KI macht erstmal Rettungsgasse Sehr nett Danke Dann kann ich schön durchfahren Quetsch dich dann ein Ja ich denke auch Wuhuhuh Aua Oh Okay Da haben wir schon mal ins Hand Ja die haben eine neue Grafikkarte eingebaut Ist halt damit klappt nicht so gut Damit du in 4k HD Noch schärfer wirst 4k 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 Huck dir für nützlich! Nur für echte Hackfressen! Wegwichsen! Bis gleich! Ohohoh, schulden Jake! Viel Spaß, viel Glück! Letztes Rennen! Ich bin geil! Handschuhe an und GO! Ohohohoh, Jukadella! Ohohohoh, Jukadella! Nein, ich mach ihn zacken! Scheidegang! Alter! Oh mein Gott! Kurve magst du, Clown, ja? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da hätt' wir auch die 8 als letzte drin nehmen können! Nein! Ja, das war's! Die Trotskurs hätten wir noch niemals abgeschlossen, sind wir doch ehrlich! Sollten wir eine Folge raushauen für die ganzen Pleiten, Pech und Pannen! Guten Tag! Schön euch zu sehen! Bleibt ein Weilchen und hört zu! Ich glaub' der Jake ist dran mit Begrüßung! grüßt wer fährt auch noch als erstes raus hallo servus grüß gott zu haus herzlich willkommen zurück bei race 07 dtm saison nummero 27 saison nummero drei wir sind bei rennen nummero 13 und mit dabei sind wieder die lieben beiden mitfahrer der joker juhu und der fall servus und hallo wir machen unsere nix unser nächstes aufnahmebündel es ist unmittelbar nach dem desaster nach dem skandal von nockel in dem wie wir dann tatsächlich so verfahren sind alle anderen außer uns des qualifizierten sind ja muss auch mal sein wenn man sich nicht an die regeln hält dann wird ebenso nicht aus wenn man sich an die regeln hält dann macht das keinen spaß jetzt immer hier in marrakesch das wird ein riesen spaß hier kurz vor mitternacht um die linke stimmte oder haar ob ich über 10 enemy als noch kix ja stimmte ich nur noch ein bisschen jake wir hatten fahren da und wir haben also dann nach diesem rennen noch fünf fänden vor uns wir Wir müssen dann mal schauen, wie wir das machen, weil die Zeit ist ja begrenzt, die wir haben. Tick, tack, Uwe. Wie sieht's an der WM-Stadt aus? Kannst du uns da was sagen? Äh, ja. Äh, nein. Bailon liegt da in Führung mit 30 Punkten. Ja, das müssen wir nochmal nachrechnen. Dahinter der Joker. Das müssen wir auch nochmal nachrechnen. 88, glaube ich. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Oder 96, das kann auch sein. Und, äh, Valvo liegt auf jeden Fall auf 3 mit 49 Punkten. Nee, 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 nee. Spenger ist Vierter mit 34 Punkten. Extra-Punkter mit, ich glaube, 25 Punkten. Weiter weiß ich es noch richtig nicht. Ich glaube, da liegt dann irgendwo noch ein, äh, Wickels Bärlein. Auf den Plätzen. 6 und 8. Mit 21. 21, 20. 69. 19 Punkten. So. Spiele mit Jake. Das neue Format. Ja, ist der Sektor noch keine Vergeistzeit? Doch keine Referenzzelt. Doch, jetzt. Ja, 0,6 gleich mal schneller. Da sitzt wieder jede Cove wie angegossen. Wie angeschissen. Was hast du gesagt? Ja, hab ich auch. Du Böser, Böser. Schlawiner, du. Ja, Jake. Ja, Jake. Fährt jetzt über... Ui! Ui, da ist der Reifen weg. Aber, er kann immer noch von der Zwischenzeit Er kann immer noch Bösszeiten fahren. Er kann noch leben. Reicht das trotzdem für die Pole? Was war jetzt gerade die Zwischenzeit? Hast du geguckt? 0,4 noch Vorsprung. Hm. Macht mir Angst. Ja. Das gewaltigt Das geht sich aus. Gerade ist lang. Die gerade ist lang. Und der ist ein Trotz. Ist doch schwul, alles. Aber du kannst es schaffen, Jocke. Du kannst es schaffen. Ja, so sehe ich aus. Hier liegt die Strecke. Der ist ja müh. Wer kann denn den Jake hinter sich halten? Wer hat denn schon hier abgeliefert, diese Saison? Oh. Weißla? Sehr witzig. Grüße natürlich gehen wieder raus an unseren Michi. Dann den Kenny. Nö. Hallo. Hallo. Grüße. Grüße. Mutter Beißlau, schreib doch gerade. Ich würde sagen. Dazu hat er noch keinen Nerv, um da jetzt nochmal wegen der Nerv zu gucken. Beißlau hat gerade seinen Computer fachmännisch Beißlau hat. bearbeitet, würde ich schon sagen. Grüße an die Computer. Sehr witzig. Ui, selbe Stelle wie der Jake. Selbe Stelle, selbe Stelle. Wenn der Aufwärmrunde beim Joker. Nicht so schlimm. Haha, wie das aussieht. Da guckt der Clown genau in die Kamera. Dass die Kamera nicht so ein bisschen erhöht und fährt so der Clown direkt vorbei. Oh, he's so serious. Und der Kackaufen. Hast du's gesehen, Jake? Ja, ich schaue es mir jetzt an wenn ich die Runde noch überlebe, heißt du? Wer ist da jetzt lang? Ja, wollen den Clown sehen. Bin schüchtern. Bin schüchtern. 202-1-1-2-Vektor-Zeit. Uuuuh, 40. 20.000 für Rückstand. Ja, um vier Hundertzeln. Clown. Ich weiß nicht genau, ob mein Einschlag vor oder nach den zweiten Sektor kam. Davor. Davor. Oh, dann wird der den jetzt trifft natürlich besser sein. Aber Tempo rausgenommen. Eingeschießen. Vorher nicht gewesen, aber es ist hier 8,5 8,5 Vorschung. Jetzt wisst ihr mal den Hedding. Clown. Sieht geil aus, oder Jake? Und der Scheißhaufen ist auch im Bild. Ach, zu weit. Na, wird bester sein. Niemals müsste schon. Kram, gibt er mir. Schön. Also, ich mein, gratulierend. Aua. Hier habe ich übrigens gestanden. Ich war mal in Marrakesch, aber nicht auf der Strecke. Hey, Michi macht's da beim Händler. Geruchst du an den Händler? Ja, witzig. Das ist ein dicker, schmieriger Typ. So, mua, 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 mua. Geiler, was willst du denn? Ich habe hier PT. Nee. Joa. Was ist denn mit dem? Will er nicht mehr? Hast du ihn kaputt gemacht? Möchtest du einen Lolli haben? Ja. Und einen neuen Pizzi. Also, der Lolli kostet mal 2000, der Pizzi. Mal gucken. Nie noch die beste. Nett du zu mir bist. Grüße. Jedenfalls läuft das bei mir mal so, wenn ich zu PC hätte. Ja, ist das so. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich sage gar nichts mehr. Der schreibt wahrscheinlich gerade zurück. Nee, ich habe euch wirklich gerade gar nicht zugehört. Ich war hier. Ja, der sollt sich ja Titten angucken. Nachdem ihr geil bist. Nachbasselung. So, was sagt die erste Sektorzeit beim Walvo? Der erste Sekt. Der Tour Sekt. Von der Quelle. Oh, 0,2. Vorsprung, Rückstand. Rückstand. Watt. Hohoho, das war Wui. Hat keine Schoko mehr dazwischen gepasst. Keine Vollnuss? Nee, die ist zu dick. Ist so dick. Und der zweite Sektor. 0,2 weiterhin. Immer noch 2,5. Etwas mehr als 2,5. Wenn er es gut durchberettet hat und die letzte Kurve vor allem bekommt, dann wird das ein Foto sehen. Ja stimmt, die letzte Kurve war bei Joker nicht. Die sah besser aus als bei Joker. Jetzt schauen wir mal, dass die fast 3 Zehntel gebracht hat. Nein. Nein. Hat ein bisschen das Bisschen aufgeholt. Aber stark. Wie viel da dann? Also wie viel? Zweiter. Hi. Oh, schön. Das ist ja schon Fun-Day-Qualität hier. Und das Menschen da halt, lo, lo, lo. Auch wir rufen kein Krankenwagen, auch wenn er dahinter steht. Nee, nö. Ach, alle. Ich brauche mal die Hilfe. Ach, das passt schon. Wo ist denn oben und unten? Oh, wie viel ist denn jetzt der Abstand? Muss man mir das selber angucken? 0,247. Eine enge Kiste. Spannende Sache. Das wird gleich ein schöner Fick am Start. Ja. Wir haben mal vorlesen. Der Jake, oder? Warte, ich muss wieder aufs Timing. Ich gucke nicht auf die Titten und... Ja, ich mache hier nur eine Umfrage, jetzt störe mich nicht. Also, ich habe eine Umfrage. Wie ihnen gefällt diese Titten? Ruhe! So, Kavalvo und Pelo auf. Eins, zwei und drei. Diese drei kriegen... Das heißt mir nicht, da der Titten schickt, Jake. Glückwunsch an euch beide. Na, danke gleichfalls. Dankeschön. Hübscher Titten übrigens. Hübscher Titten. Glok und Green, die Top Ten. Der Schlüpper blickt es nicht, der Beißler blickt es nicht, der Pio blickt es nicht, der Townplay blickt es nicht, der Scheider blickt es nicht, der Wittmann blickt es nicht, dieses Mal nur noch ein Wittmann darf, der Henn blickt es nicht, der O'Gaday blickt es nicht, Mortara blickt es nicht, Spender blickt es auch nicht, Molina blickt es nicht, Wickens blickt es nicht, Ekström auch nicht und Perfect blickt es am allerwenigsten. Sehr schön, na dann haben wir das also auch. Wenn es alle nicht blickt und blickt, blickt. Das ist 1,8 am Ende. Ganz schön eng hier auch die KI beieinander. Wie wird das gleich im Lassen? Regen sein. Okay. Zum Glück. Zum Glück Regen. Ja. Ja. Bum, 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 bum. Ruh, bum, 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 bum. Hallo, Clowny. Guck, guck. Hallo, Vollduss. Guck, guck. Ganz da hinten sehe ich die Milka-Kuh. Ganz da hinten. Sehr witzig. Oh Gott. Im Mittelfeld der... der Startfeld ist. Mittelfeld der Startfeld ist. Ah, wer guckt hier mal auf die Tittenbilder? Jacke. Na ja, als Umfrage getarnt. Ja, sind die Botox-Titten geil? Ja, aber nein. Sind die Kuhn-Titten richtig geil? Nö. Oh, Zeit abgelaufen. Jake fährt also nicht mit. Schade. Ja, so können wir natürlich auch Zeit hier umbringen in diesem Video. Ah, wer Spaß, viel Glück, ihr Eumels. Gleichfalls. Gleichfalls. Oh, schöner Start. Wehe. Alter, wie der Wegzieht, ey. Klingt ja schon die Schwanz durch Pimpermellen, ey. Oh, links und rechts, das finde ich ungemein. Ey. Götz. Ich höre nicht, ey. Alter, Götz, ey. Das gibt's ja ja wohl nicht, die mich gleich in der Schikane verenden. Den nehme ich gleich in der Schikane durch. Oh, ich fahr zu weit. Okay, ich bin Sektor 1. Danke fürs Eile aufhalten, Jockel, das ist nett. Alter, Götz, wie fährst du denn? Tut das gut. Das endet jetzt nicht gut, ich weiß es. Im Gefühl. Ich lass wieder irgendjemanden hängen hier. Die KI-Fahrt bummst schon, maaaah. Gäbel Siegter 2. Ich weiß nicht, ob mit Vitoris war. Vitoris hat sich da weggeknallt. Aber es scheint nichts Schlimmeres zu sein. Naja, er ist so ein bisschen seitlich hängen geblieben. Und es konnte dann allgeil wieder weiterfahren. Seitenbacher hängen bleiben. Oh, ich will mich jetzt nochmal auf die Nerven fahren. Oh, dann habe ich jemanden in die Boxen schickt. Tschuldigung. Entschuldigung. Ich habe den Fitzen so berührt, dass er gleich vor Schreck in die Boxen fahren ist. Aber wenn du mich hinten so berührt würdest, will ich auch vor Schreck wo reinfahren. Ach, Mann, ey. Ich bin kein Fahrer. Ich bin kein Fahrer. Ich sollte meine Karriere beenden. Ich sollte Mechaniker werden. Ach, das kann ich nicht. Ich sollte Boxenluder werden. So ein Borat-Kostüm. Was fahr ich hier? Hallo, Valvo. Ach, geh weg. Ich habe mich hier frisch gemerkt, dass ich fahre. Ich kann nicht gehen. Hier, ich versuche dich zu blenden. Boah. 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 Ich könnte den Jake da verenden lassen. Ja, das kommt wahrscheinlich nicht gut für mich. Boah, 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 boah. Jocke, wieviel da? Vier da. Nein, der Götz. Ja, komme ich auch nicht drin. Ich kann mal machen, Jake. Wenn du ihn zumachst... ...muss ich wieder aufmachen. Guck mal, was macht Ralf? Ja, weil du ihn dann aufgelassen hast. Oh Mann. Spannend. Ich glaub, Gold gewinnt. Du Sack! Sorry. Du hast auch viel zu früh gebremst. Ja genau, ich wollt die Kurve kriegen, du Arsch. Kann man auch mit dem späteren Bremspunkt kriegen. Ja genau, mhm. Das gibt Stress. Ah, da bin ich mal schön weggepfeffert. Das werden sich die Rennkommissare wohl angucken. Es tut mir ja leid. Ich hab dich wirklich von dem Bremspunkt überrascht. Und davon, dass du mit dich gefahren bist. Ja, soll ich dir denn Platz schenken oder was? Das hab ich nicht gesagt. Soll ich dir aber schon für eine Seite entscheiden? Und warum? Sind wir hier schon bei Formel-1-Regeln angekommen oder was? Natürlich. Soll ich zu fahren? Ja. 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 Dann soll die Fuki K.O. beenden. Ja. 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 Du gehst später in die Eisen. Ja. 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 Mann! Praktisch kann, ey. Glock draußen? Richtig so. Abonnetz gerade. Dann geht jemand an die Barhoops! Äh, wieder Loge. Tschüss! Das wird so eklig, an der KI vorbeizufahren. Ich hab's mit der ersten Schikane zur Zeit, ey. Ja Jake, du Idiot, du brauchst echt nicht warten. Was machst denn du da? Ey komm, jetzt fahr! Zum zweiten Mal innerhalb einer, ja doch Saison kann man sagen, hört man es. Jake, du Idiot. Bevor ich mir das hier andauernd anhören muss, mach ich lieber so, Mann. Racing Incident. Ein ärgerlicher Racing Incident, da war ein Racing Incident. High Glock, du Schwulette. Bam, auch Racing Incident. Angeeckt. Ich hab die Aufhängung repariert. Hattest du auch die Aufhängung kaputt? Äh, ja, von der Runde später. Ja. Ah, okay. Oh, shit! Da raucht was. Warte, ich... Da steht was! Bin extra nicht zurückgefahren. Keil wäre es gewesen, wenn du mich jetzt wieder weggefreut hättest. Äh, da hätte ich aber da nichts mehr gefahren. Ja, das stimmt. Oh, Mann ey, das wird scheiße. Joker, gratuliere zum Sieg. Ach, halt den Lappen. Ich kenne dich bei der Strecke. Halt den Lappen, ich muss putzen. Halt den Lappen, ich muss saugen. Halt den Lappen, ich muss saugen. Halt den Lappen, ich muss saugen. Oh, crap! Das wär cool Ich bin in Sektor 3 Kann Indy vielleicht reingeht? Da steht auch irgendwer Zumindest hole ich in sieben Malen Stiefeln auf Sieben, sieben Moin Perfect anscheinend Frage ist, wo steht der? Abgeschleppt schon Na, ist weg Der nächste Ausfall Perfett, perfekt Leck mich fett Spengler hat wieder raus, die KI ist an der Box Leck mich fett Wittmann wisst ihr wo wittmann waren welcher stelle alter wittmann gestartet ist irgendwo 15 oder so da hat auf jeden fall spengler fährt direkt vor mir der ist von 21 oder so da hat auf jeden fall die haupe weg der wittmann spengler auch david mann du dumme nutte die ki macht aber auch nicht die anstalten okay dasselbe runde aber da muss einfach in die mauer drücken so wie einfach mal links da rein drücken ich kenne mich nur raus drücken schön in jedem raus drücken schön die jamaikanische popmannschaft in die bahn schicken es ist schön einen bot so danke ist der beißler wittmann Da kommt ein Clownie. Oh oh. Das kann ich mal. Da kommt die Enweiro. Oh mein Gott. Hast du nicht schon weiter sein können? Hast du schon an der Box-Joker? Ne. Ich dachte mir, ich tue mir das überholen jetzt nicht an. Dann fliegt wieder ein Baby. Bäm. Au. Der Schlipper auf der 5. Boah alter, schöner Vorsprung schon jucke. Ne, lass. Ohne Fehler. Oh, Schalze. Boah, Prio. Alter, Prio. Du siehst gut aus. Die Fresse. Du siehst gut aus, Schatzi. Nein. Die Kurve sollte man kriegen. Sah nicht gesund aus. So eine dreckige, miese Wichskacke. Der zweite Stopp übrigens regulär. Das möchte ich nur festhalten. Oh nö, ich wollte mir doch eigentlich die KI ersparen. Nein, jetzt kann man die ganzen voll Assis. Bitte fahrts an die Box, bitte, bitte, bitte. Oh nö, ihr Lappen. Waren ja grad eben. Echt? Waren die schon drin? Ja, ja. Oh man, ey. Boah alter Rockenfelder, kann man mal machen. Oh Rockenfelder und tschüss. Erster Sektor, Achtung. Erst die Kurve. Die Kurve. Die Kurve. Ich hab den Rockenfelder ein bisschen übergelassen. Tritt sich fest. Passiert. Meine Aufhängung ist schon wieder Fratze. Eine blöde, verkackte Rotzen. Scheiß Kack Wichs Rotze. Otze? Hallo Otze. Hüttchen. 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 Ach, das war knapp, Mann. Gute Geräusche. Nein, es ist gar nicht wichtig. Ne, die machen dich vorne nicht meins. Mh, aber hallo. Rarrr. Ach du Scheiße. Was mach ich denn? Wieso fahr ich denn so? Scheiße, das geht auf meine Kappe. Was geht es wieder auf? Scheiße. So, jetzt reicht es aber. Jetzt ist aber die fucking offenen Spengler. Oh, ich drehe mich weg. Oh, da ist Aua. Du Sau. Diese Kackstrecke. Oh, Valvo, Alter. Ich gehe auch mal an die Vorstellaufhängung. Nein, Joke, es tut mir leid. Scheiße. Ich wollte zwar sowieso in die Box, aber... Aber nicht so. An die Ecke gehen auch an die Larche. Ich gehe in die Kacke. Juhu. Ich kriege die Pippanellen. Naja. Da der Jake sowieso schon wieder aufgeholt hat. Wird sowieso nicht lange dauern, bisher haben wir vorbeigeht. Das wird mir im Verkehr rauskommen, denke ich. Nein, nicht schon wieder. Oh nein. Oder? Obwohl... Wieder Lurge. Viel Spaß, Junge. Oh Gott, fahr du Schlampe. Jetzt fahr schon. Komm schon. Jetzt shoppen wir doch. Oh, was ist das? Oh, knappe Ding. Oh, 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 komm. Ja, greif mich an. Greif zurück. Ja, mach ich ja. Ja, gehe ich wieder vorbei. Ich könnte mir in die Fresse boxen. Ich könnte den Kenny machen. Hallo. Hallo. Ich tue mir so schwer, da die KI zu überholen. Joa, das war krass. Ich tue mir so schwer, da die KI zu überholen. Das ist sicher. 42 Runden. Oh, zu spät gebremst. Entschuldigung. Ich sag jetzt nicht laut, wer es war. Michael! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Das mit der Piemontkirsche. Mit der echten Piemontkirsche. Gleich am Geschmack erkannt. Jetzt die Berg hoch. Eine 7,7. Ah, da ist die TV-Kamera auch wieder spitze. Ich würde mich wieder freuen beim Highlight schneiden. Sehr sehr schwierig einzusehenden Kurven. Das ist eine 7,7 Kilometer lange Strecke hier. Und mit einem schiefen Lenkrad, warum ist mein Lenkrad schief? Hm. Damit du heute mal nicht mit einer Runde Vorsprung gewinnst. Ja, wir haben da ein bisschen was rumgebastelt. Seit der letzten Aufnahme mal schnell zum Jake gefahren. Und dann muss er an seinem Lenkrad rumgefummelt. Ah, grad noch, grad noch. Die Kamera ist ja wirklich kacke. Ja, der Walvo hat sich gerade eine neue Spiegelreflexkamera geholt und testet die grad nebenbei aus, während er noch nicht dran ist. Hm. Richtig. Müsst ihr wissen, liebe Kinder. Möchten wir aber echt eine Spiegelreflexkamera holen. Aber ich weiß noch nicht welche. Die Schikanen des Todes, das ist Nummer eins. Nikon oder Sony würde ich dir empfehlen. Okay. Aber ich möchte hauptsächlich filmen damit. Filmen? Ja. Ich hoffe ja keine Spiegelreflexkamera. Na, wie soll ich aber gut sein dafür? Ich finde es toll, dass ich das Ganze jetzt hier vormachen muss. Ja. Schön. Schön machst du das. Ja, warte mal ab. Unser Weltmeister. Ich bin halt gleich Shepard. Ich bin halt gleich Shepard, du. Unser World Champion. Ich bin halt gleich Shepard, du. Ich bin halt gleich Shepard, du. He is the champion. He is the champion. Der Größte. Der Größte. Der Größte. Naja. In der Runde von uns dreien aber mit Sicherheit. Aber auch nur der Größte hier. Hey, kann sonst noch jemand 1,90 aufweisen? He? Nur untenrum. Stille. Ich wundere mich grad, warum du überhaupt noch lebst und nicht ohnmächtig bist. Oder meinst du 1,90 Zentimeter? Ja. Ha. 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 Das war so'n. Ha. Das sagt er so. Verdammt, der hat mich. Ha. Nochmal nachweisen. Verdammt. 1,92. Ha. 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 War das jetzt nicht? Ha. Ha. Ich glaube ich auf einen Kurs, wie wenn du hinten startest. ein paar Probleme kriegst. Mhm. Gerade am Start. Also. Start-Ziel gerade. Ja. Könnt sein, dass die mal eben nach rechts abdriften. Dass nicht alle überleben. Na hier wahrscheinlich auch, ja. Mit den tollen Schikanen. Ja, ich meine auch. Äh. Aber ich glaube hier ist am schlimmsten, wo sie es verengt. 2,18,905. Klar. P1. Ja, also ich meine gerade hier in dem Teil so. Hier und dann nachher auf der Gegend gerade wieder. Ja. So. Da stellt er sich ins Zelt. Jetzt noch empathische Österreicher am Start. Achso. Ja, wir sind in den Talagos zweiter geworden. Warte. Ich. 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 Das ist ja sch... Wie haben wir die Schranken nicht gemacht? Ding, 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 ding. Die Feuerwehr ist auch parat. Alle Dappen. Haha. Toller Kurs. Wer hat sich den ausgesucht? Jake, oder? Nee, das war glaube ich Joker. Der sucht sich auch die ganzen Peststrecken aus der Jocke. Ach. Du. Ach. Ach du. So gibts ja nicht schön Sch... Große hier. Die Abwechslung hier reinbringen. Aber mit Scheiße. Hahaha. Deine Gott. Deine Gott. Du brauchst mal lieber, dass du beim Starten vor mir stehst. Auf einer der schlimmsten Stellen für Waker. Der K.I. ist nämlich jetzt hier. Wenn du nämlich jetzt hinkommst... Game in Sektor 3. Wenn du jetzt hier hinkommst und jetzt der Teil. der ist so ganz leicht kurvig du kannst da ganz schnell an diesen an diesen kanten da veränden die du gerade rechts und links gesehen hast von der mauer ist das so ja auslaufzonen sind hier nicht so wirklich viel vorhanden vergesse ich die schikanen die gleich kommen vom in dem extra einer wo da war es schon zu früh andere richtung sagtest du mal zu mir bei rocket league damals nein jake falsch und jetzt hervor einschlagen los geht's für den sympathischen österreicher auf die getreide war das ein kurz zu der stuhl da bin ich da wieder da weiß ich noch nicht ob ich bremsen soll oder nur vom gas gehen ja also weiß nicht man kann es vielleicht auch versuchen mit nur von ich habe da gebremst das ist eine dieser kurven die ich eben meinte unheimlich schwer einzusehen ja die ist echt kacke aber auch die hier also teilweise sind die halt auch schwer zu erkennen wie stark sind die jetzt wirklich nicht nur dass du die er generell nicht erkennst du siehst zwar dass seine kurve kommt aber die schaut im ersten moment aus als müsst du volle kann abbremsen oder auch nicht und dann ist es genau das vielen dank für die tolle strecken analyse gerne ja voll abbremsen oder auch nicht ach was weiß ich doch hier Nein, hier noch nicht, Walden. Achja. Jetzt heißt es voll abbremsen. Weck so. Daaaah! Alles gut. Vielleicht bekommen... Ich sah meine auch aus vorhin. Die erste ist auch die langsamste, die werden, glaube ich, pro Schikane wird die schneller. Das hier ist ja die schnellste. Boi! Schön! Aber er hat den Joey Hand noch hinter sich gelassen. Mal sehen, ob das Thumpen die Qualitäten hat. Ach so, weil Joey Hand keine Runde gefahren ist. Aber egal. Sehr witzig. Das wird lustiger Spaß. Schöner Start von da hinten. Jetzt nehmen wir hier rum und da in den Schrank noch vorbei. Da ist doch der Clownie. Der sympathische Clown. Der furzende Clown. Für uns ist es übrigens heute, wenn das läuft wie geplant, wirklich der Endspurt. Wir werden die letzten drei Rennen in einem Block aufnehmen. Aber wieso denn? Äh... Ich weiß noch ganz genau. Ja, aber die Zuschauer doch. Doch, die wissen das auch. Erzähl ihnen doch mal was. Wir haben ein Interview bekommen über fünf Minuten und das reicht. Ja, Beißler. Ja, Beißler. Aber du hast nicht erzählt, ob du was arbeitest dort oder ob du rumruherst dort. Der klimaordentlichen Besuch abstattest. Ihr was g'scheites zum Anziehen mitbringst. Äh? Zeit zu essen. Ja. Ihr habt doch hier in England nichts. Ein paar g'scheite Frankfurter und ein Schnitzel. Und ein Moosbier. Zack. Jake hat die Queen auf dem Gewissen. Delicious. Röhrt einmal noch und Tim kippt tot um. So ein Hummer Simmsen röhrt. So... Und googelt noch so ab. Ich muss ja wohl sehr bitten, ja. Auf geht's auf die schnelle gezeitete Runde. Zumindest mal gezeitete. Schauen wir mal an, ob's ja auch schnell ist. Aktuell B, da vor Peffet, Klitoris und Tom B. Michi. Michi ist 16. Er hat profitiert vom noch mal starten. Haha. Ja, wenn der ähm so gefahren wäre wie vorhin, dann wär's auch schneller gewesen. Hm. Dammit. Scheiße. Uh, Joker, gut dabei. Drei Tentel schneller, erster Sektor. Das hat grad sehr langsam gewirkt. Man kann auch täuschen. Manchmal sieht's aus wie das Auto ausbrechen, aber ich glaub das ist vom Spiel fehlerhaft übertragen. Sieht echt manchmal lustig aus. Jetzt wieder so versuchen einzubändigen. Bleibst du aber hier? Jaja. Hier so. Jetzt auch, Reda. Uhuhuhu, sieben Zehntel vorne. Der Clown. Der Clown. Oh fuck. Das sah jetzt auch wieder aus als heute voll. Rar. Okay. Bleibst du hier, Audi? Ja, ist doch nett, wa? Uh, tschö, Oka, schön. Gratuliere. Oka. Okay. Voll konzentriert. Ja, bitte, vorderreifende Mann verloren. Hab' ich gar nicht gedacht, was ich da noch die Pole hole. Also, Joker, Baylor, Perfett, Kriegen, Punkte in dieser Reihenfolge. Vittores auf 4, Tom Bair auf 5, Götz auf 6, Spengler auf 7, Rockenfeller auf 8, Hunker der 9, Glock 10, das sind die Top 10, Extremwickens, Schlipperhörber, Jamie Green, Prio, Molina, der Beißler auf 17, Matara auf 18, Wehrlein, Wittmann, Philipp Eng, Timo Scheider, Dirk Werner Walvo vor Joker Hand auf der Fee und die Sicht Joker Hand ist aus irgendeinem Grund keine Zeit gefahren, hat sich anscheinend gefilmt. Will ich nicht. Hilfe, Hilfe. Möchte ich nicht. Ja, das wird super, das wird ein tolles Teamfoto. Die Vollnuss starten von ganz hinten. Da freut sich der Sponsor. Michi so, so geht das. So, Regen natürlich, no? Achso, ja, stimmt. Interessanterweise nur 12 Grad Lufttemperatur. Shit. Sei falsch. Ach mein Gott. Das sind ja so viele Autos vor mir. Viel Spaß, viel Glück. Naja, ich achte. Gelbes Auto bleibst, da wo du bist. Das wäre ganz nett, danke. Das gefällt dir ganz und gar nicht. Das gefällt dir ganz und gar nicht. Oh Gott. Frag mich mal. Alter, bremst es halt noch langsamer ey. Meine Fresse, wer dann? Uh, extra und dreht sich weg. Ganz alleine. Ganz alleine. Ganz alleine. Aber wir haben hier keine Flaggen. Immerhin Flaggen. Gab es die Hinterlagos nicht. Stimmt. Und lange geraten, wo wir mal die Boxen einstellen können. Ist auch nicht so schlecht. Es baut nicht. Ich Hause baut. Und kurz. Oh, wir sehen uns mal. Und was? Du kannst mich mal vorstellen. Und was? Ich bin schon mal. Jungs da! Da dreht sich ein Junker-Deller weg. Kann man weiterfahren. Die blicken sogar ganz normale Kurven nicht, die KI. Das ist interessant. Meistens am Kurvenausgang verwichsen sie es. Zu übersteuernde Autos teilweise. Offensichtlich. 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 Ja, saugt da sich ran. Ja, mit Déjà-vu. Ja. Ich hab Angst. Ja. 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 Ich liebe die Verteidigung. Ich bin grad eingeparkt. Alter, was ist das für ein Kiesbett hier? Liesbett. Liesbett. Liesbett Zalander. War's kaputt? Nö, nö. Ah, nö. Doch, tatsächlich. Was'n? LOL, von dem Einschlag. Bist du mich verarschen? Reifen? Ja. Bist du mich verarschen? Ich denke, mein Ausfall in Melbourne, ne? Ja. Was ist das für ein Witz? Ich hatte Einschläge ganz woanders, in ganz anderer Form. Ah. Okay, noch keine zehn Minuten um, aber schon fast zehn Liter. Ein Sprit weg. Zweiter Platz. ... ... ... ... Juhu! Ist er um? Welcher Platz, Jake? Zwölf? 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 Die Kurve kann ich überhaupt nicht einschätzen Das war die erste Schikane Ui, Gable Sektor 2 Lang Gable Sektor 2? Ja Der Schlüpper ist gerade ausgefahren Nein, nicht mein Schlüpper Ja, Inna steht hier Scheint weg zu sein, Inna ist raus Da könnte der Schlüpper sein Kurz vor Sektor 3 wartet Da die Kurve, wo du meintest, kannst du schlecht einsehen Ja, da reicht es hinter ihm Ja Und dann Und äh Dann Ja Warte aus Ein Schlüpper fehlt aber noch, oder? Obwohl, ne War wieder durchgereicht Ein Glas Mauer war nämlich gerade noch Ja, er war wahrscheinlich kurz auf 2 Weil er in die Box gebeamt wurde Beame ab Beame ab Beame ab Beame ab Beame ab Schlüpper Schlüppi Durchgereicht Der Schlüpper ist der erste Ausfall Der Schlüpper wird durchgereicht Der alte Schlüpper Der alte Schlüpper Müsste jetzt sowieso langsam Am ersten Boxenstopp der KI gehen Theoretisch diese Runde Ah Fuck Reifen sieht hier gut beieinander Ja 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 Geht ja auch kaum Kurven Ja 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 kurz geld in sektor 3 nicht direkt muss aber jetzt schnell wie so habe ich ja selbst nicht geblitzt dienst ich wurde geblitzt dienst weil wo an der box hätte ich doch fast die boxen ausfahrt verpasst ja kai kommt rein hallo boxen schlopfen zusammen von 3 bis 19 immer diese kurzen gelb ganz kurz gelb der nicht aber auch wieder ja nein doch vielleicht nein ich entscheide mich für ein nein links Okay. Zombie-Schuh-Macher. Will Corinna ihn jemals wieder ranlassen? Machst du sie gerade nach oder ihnen? Das kann jeder für sich entscheiden. Wen man halt noch mehr hasst, wenn es noch geht. Ralf. Cora, die alte Fummeltranse. K.I. kommt nicht wirklich hinten nach. Die haben doch den Arsch offen. Wenn jetzt schon zum Überruhmtnis an die Ockel, oder? Ja, das deutet sich an, aber deswegen geht es lieber auch in der Box. Heikling. Wer das gesagt. Schön, dass mein Kratzsack war. Und daran riechen. Okay, dreht sich hier. Der Wagen. Nein, das ist nicht schön. Oh nein. Oh nein. Hm? Das gleiche wie bei Walvo in Elton. Nein, okay, Neustart. Nein, vergesse ich. Na sicher. Verkehrt herum aus der Box ist assig. Ne, nicht verkehrt herum. Er hängt einfach. Er kommt nicht weg von der Boxen. Dings. Wie? Ich habe den Boxenstopp gemacht und er ist angefahren, aber er hängt jetzt da und zittert dann. Ah, okay. Mhm. Das war es für mich. Was? Ja, es fehlt nichts mehr. Ich scheine nicht loszufahren. Na dann, Start war neu. Ja, aber wie oft willst du jetzt neu starten? Ich will, dass wir die Saison noch zu Ende kriegen. Warte, ich mach mal eben. Boxenstopp anfordern. Ich probiere es auch nochmal. Hallo Clownie. Ne, Boxenstopp hat er gemacht und als er angefahren ist. Ja, du bleibst ja auch gerade stehen. Bei mir hat er sich ja jetzt so schräg hingestellt. Ja. Wie du siehst. Sieht lustig aus. Und dann wollte er jetzt von so aus losfahren und jetzt zuckelt dabei. Tschüss. Okay. Ne. Ne, er bringt ja nichts. Ne, sicher er bringt es was. Ja, aber das ist doch... Ja, na das ist ja schwul ey. Du führst und dann auf so einen Bug. Ja, aber... Ne, wenn dann immer eine andere Strecke oder so. Aber das... Fühl ich nicht gut. Wenn du da benachteiligt wirst. Jake, was sagst du? Mir ist es egal. Einer positiv, einer negativ, einem ist es egal. Ich wichs das jetzt weg. Amperfett. Gabushakats. Amperfett, ja. Was, du kannst weiterfahren, du Assi? Nein. War ja klar, dass man wieder auf einer Strecke, wo mir vielleicht was liegen könnte. Irgendwas passiert, ey. Die Strecke gefällt mir. Alter, heute bin ich da hinten. Weil ich bin durchgemummt. Na komm, ja, Werner. Du geiler Transe. Ja, weiß nicht. Dann ne andere Strecke ausprobieren oder dieselbe nochmal juckel. Ja, jetzt nochmal neu anfangen. Aua! Das merk ich mir. Wie die die Räder herumschieben. die strecke noch mal ich kann noch fahren geht mir noch ganz gut bin auch voll da hab noch voll voll nuss in mir agar the bauer ich stehe jetzt daher steht vorher schon also so müssen noch mal ausprobieren jockel und dass du gleich mal die box ansteuerst ob es denn klappen wird bei dir kann ich mochte start jetzt neu ja 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 erstmal aufnahme nein warte noch nicht das war zu spät gewonnen hat er trotzdem ok ok also ich mal rennen oder aber selbst das ist ja jetzt keine garantie jetzt klappt es vielleicht beim ersten box das wäre schwul wenn es beim letzten mal nicht klappt ich probiere es auch gleich mal und ein Assi Hol Assi Eigentlich könnten wir auch in die Gegenrichtung fahren, da wären wir sogar schnell an der Box ich probiere es auch noch mal an die box ich muss sich selber auch mal bremsen die frühe wenn es klappt haben wir jetzt einfach weiter hier ist der platz schade hat ja keiner aufgenommen ich hab doch gelaufen alle hunde werden in den himmel getrieben die schlangenlinien fahren sind besoffen die kurve mag ich nicht diese kurve ist ein hit wann kriegt ihr das endlich mit diese kurve müsste kurven es ist eine kurve für die tofen kurve schumacher ich bin es gerade diese scheibe ist mein hit ich weiß aber karl der frosch karl der kiefer karl der kiefer karl der kiefer karl der kiefer karl der knall karl der karl w stimmt eigentlich guck mal gleich durch avanz Hier soll es doch versuchen, an die Box zu kommen. Das war das wenigstens nötig. Aua. Schön, schön, schön. Juhu! Und dreht mich rein? Hä? Ich hab's schon wieder recht. Der dreht sich so komisch. Als ob der sich in die Garage dreht, die da nicht vorhanden ist. Muss ich mir das auch nochmal angucken? Wo denn? Schaff das komischerweise! Ja, wenn ich dich antauche. Muss der Fall gut! da muss immer einer von uns mit an die Box kommen war doch gerade an der Box nicht so ist mein Auto frei sein da fliegt er ab die Ratte oh ich bin auf der anderen Seite ne ich auch wö schau noch mal ein gekürzt wird durchgekürzt hat einer links einer rechts Und BAM! Green! Ja du, du wohl Green! Ach ne, herrlich! Ja also, brauchen wir wohl ne Ersatzstrecke, oder? Irgendwer schiebt dich immer an. Schön wie der Jake mich da abgeräumt hat, die Steuerkarte. Das war schul. Das ist echt seltsam, dass einer von uns nicht an die Box kommt. Verrückt. Hallo, servus, grüß Gott, zu haus, herzlich willkommen zurück bei unseren Endspurt der Race 07 DTM Saison. Wir sind nicht, wie angekündigt, in Linas Hassenich gesehen, wie die Franzosen Kacke heißt. Warum, dazu kommen wir gleich. Sondern wir sind in Suzuka bei Renn Nummer 16 und wie immer mit dabei ist der Joker. Hallöchen! Und der Volvo. Hallo. 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 Ähm, ja, warum sind wir plötzlich in Suzuka? Wir haben angefangen mit Frankreich. Und dann ging aber alles schief beim Joker, beim Boxstop. Er konnte nicht mehr losfahren. Sein Auto wollte nicht mehr losfahren, als er den Boxstop als serviert hatte. Apropos losfahren, fahr mal los, Jake. Ja, doch. Und dann haben wir uns entschieden, stattdessen doch eher Suzuka zu fahren. Und doch, sieht das von mir aus, als ob das Männchen auf der Strecke steht. Oh, Mann. Ja, was denn? Das wird ein langer Grand Prix. Das wird ein langer Grand Prix für uns, ja. Und ich bin dran schuld. Genau, wir werden nämlich für uns das heute noch einen Abend. Die nächsten drei Wochen, die ihr also seht, sind an einem Abend entstanden. Wir machen die letzten drei Rennen in einem durch. Genau genommen sind es jetzt dreieinhalb geworden. Schönen Schrank auch. Sing Bumswalara. Tut mir ja leid. Ich wollte das nicht so auf der Jocke sitzen lassen. Wenn jetzt noch was hier in Suzuka passiert, dann raste ich aus. Ist ja schwul, weil der Jocke hat geführt und dann ist das passiert. Das finde ich nicht okay. Wenn noch irgendwas bei einem von uns passieren sollte und irgendjemand sagt, dann suchen wir noch eine andere Strecke aus. Den reicht sich den Kopf an und scheiß ihn in den Hals. Ist das klar? Hallo. Das war für dich. Ja, das ist mir doch egal. Aber willst du wieder nicht fertig werden? Oh, na, Mann. Ja. Ja. Jetzt haben Weibling überträgt morgen die nächste Saison gestartet. Und die wird dann auch noch von London fertig gemacht. Richtig. Ist auch nur nur ein Rennen. Aber ohne Nordschleife und die Scheiße. Nur Nordschleife. Wir fahren 28 mal den Job Siffat. Da passiert wenigstens mal was. Ja, da habe ich mich zurechtgefunden. Jetzt kommt die lustige Kamera. Ich würde sagen, das ist Neustart. Der Check ist da rausgekommen. Rückblende. In der Einrollrunde. So war es nicht mal gedacht. Fuji ist das oder? Dieses behinderte Logo da. Dieser Kreis. Fuji Television. Was für ein Scheiß-Logo. Der guten alten Suzuka-Strecke. Fuji. Verblickis. Was soll denn das darstellen eigentlich? Ein schwangeres Alien? Ein schwangeres, asiatisches Alien. Geht hier schön hoch. Rechtskurve. 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 Links und rechts. Das hat sich auch nicht so gut. Links. Erster Sektor zeitgleich. Eine Sekunde Vorsprung für den Jack. Stimmt. Gucken wir mal, wer so aktuell Pole Position hat. Handglock und Beißler. Wer hätten Punkte? Beißler nicht mehr lange. Jake du Arsch. Dickpick Werner hat keinen Bock zu fahren. Er steht rum. Er wollte lieber in Lina Swantel. Harry. Nei. So ist die Strecke. Nei. Nei. Wollte lieber nach Frankreich. Jetzt ist er in Japan gelandet. Es mag er nicht. Wie ist halt mal so passiert. Sektor 2. 1,1 Sekunden Vorsprung. Ach du Kamera. Und Jaycruise. Und Jaycruise. Jedes Mal da. Ja die Kurve ist auch echt. Echt ja. Die anderen auch. Ui. Die Schwer 1 sehen die letzte. Bestimmt 3 Sekunden Vorsprung oder? Vielleicht steht das Männchen hier auf der Straße. Eine Sekunde am Ende. Vorsprung 1,54,501. Der letzte Sekte war nicht gut. Die 130 R habe ich nicht gut getroffen und die letzte Kurve zu früh angebremst. Die ist ein bisschen schwer. Ja. Hier hören Sie die Fehleranalyse. Alles zu sehen. Ich dachte gerade das wäre Bauhaus Werbung oder das war diese von Valvo angesprochene Putschie. Sieht echt komisch aus das Logo. Bauhaus. Bauhaus. Valvo ist der nächste eh. Valvo ist schon unterwegs. Entschuldigung. Oh tschuldigung. Keiner schenkt mir wer acht da. Zuzuka. Letztes Mal habt ihr gemeint den F1-216. Dass die gefahren wurde. Ich weiß gar nicht ob ich da dabei war. Ich war nur ein paar. Ne, du warst in Zuzuka. Candy war da glaube ich bei. Hallo. 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 Ach so ein Soundboard. Hallo. Und Candy ist halt auch wieder dabei. Hallo. Und dabei ist er, sehr witzig. Ich bin auch wieder Tabü. 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 Und auch wieder Tabü. Da bin auch wieder Tabü. Wir haben wieder Tabü. Brother, blä da. keepit tibu. Wir bringen nicht auf Wolfe. Echt mal. Wir machen so Soundboard wenn alle möglichen. Jetzt ja Abspunden auch erstmal. Kenn mir auch noch kaum noch da. Ich sie kaum noch da. Mal neural Chaos diese wir, unser Soundboard errichten. aber freut sich schon jetzt nämlich mit guter musik alleine machen das ist mir auch was er zwei so aufgehende Zeit nochmals Männchen doch das kann man jetzt auch 72 Runden die Stadt Töten das war ein Männchen auf jeden fall drei stunden lang über drei stunden wir haben jetzt 21 36 ist in die nacht am vierten september das ganze jahr da werden sich die nacht wieder freuen die werden wieder sturm klingen der putzfeuerdecke wobei ich klopfen muss schon voll das loch erster sektor 2,6 sekunden rückstand was ist aber nicht wirklich hier nen erkennbaren fehler dann macht mich der von der seite der sektor 2,7 was da kommt die kamera gleich die schikane ja ich habe das volk drüber knärte besser getroffen war ich jetzt gebremst koste ich doch mal gegenseitig abgeschossen haben das war schön ist jetzt sehen dass der vorsprung ich freue mich dass er seine Brust weggefickt hat na sehr schön was da steh ich nicht ganz wahr rum auch nicht wie logik ob ich logikum frage gehört ob der an der luft schwebt der typ oh mein gott guckt euch meine aufnahme an ja der check hat auf jeden fall den joker ah den joker sag ich den mich überdrängt keine punkte für den missen aber wir sind suzuka bei race auch nicht sehr häufig gefahren der globo eigentlich ist das jetzt gerade spontan der globo bank noch um einen punkt schon mal der sympathische clown den uns sympathischen glück überholt naja ich mag den glock ja auch aber ich bin nicht sicher ob ich auf der strecke jetzt hier hoch hallo du hast die haus gesucht ich weiß noch lange als ich sie fahren kann da hätten wir gleich hamburg harbour fahren können da hätten wir auch alle schön verschissen alle schön in die container drin oder ins wasser oder diese eine strecke die wir da letztes jahr hatten diese lustige die deutsche die motorpark oder was das stimmt joker ist erst nicht eingefallen an stattdessen waren wir hier in japan weißt du der war wohl nicht heute noch gefährlich das hat gar nichts mehr ich halte meine blöde fresse das war kein witz der halse hier ist ein männchen da ja hier genau hier na schön überfahren danke jocke das wären lange drei stunden tippen muschi fuji muschi fuji seaman orange war doch damals von arrows ja orange arrows orange war doch damals von apfel und bürger ein apfel ist ein apfel und ein bürger ein bürger ist ein bürger ja diese bürger ist aber keine bürger was gibt es denn so nach das ist bürger helene das ist ein apfel das ist keine bürger helene das ist eine apfel helene selbst ausgedacht die ganze sekunde wirklich stimmt lass es stehen wenn es dir nicht schmeckt es schmeckt mir ja dann ist es doch ja aber nicht unter falschem namen ich esse es ja aber nicht unter falschem namen das ist püppi das ist elisa was der hund müsste mal raus schatz das ist erstens keine antwort auf meine frage und zweitens ach so ne ficke so schlecht sah es aber jetzt nicht aus war der eingang total verkackt war nicht so sehr wie ich am ende 4,5 cm rückstand wui 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 der furzt hat ja zu gefürzt so dann haben wir ganz viele Leute mit einer Zeit werden mir angezeigt aber die Reihenfolge ist Baylor auf 1 Joker auf 2 Johan auf 3 die 3 kriegen auch Punkte Glock auf 4 Ballester auf 5 Wittmann Ekström auf 6 und 7 oh Wittmann Mike Rockenfeller auf 8 Paffet auf 9 Scheider auf 10 nicht in den Top 10 Philipp Eng Götz Vitoris Wickens Werlein Spengler Schlüpper Herbert Tom Bay Mautara Junkadea Green Prio Molina Walvo ist auf der 24 und hinter ihm startet noch der Dirk Werner Werner So Walvo Irgendwie gerade hoch Naja wieder da so Ah Oder haben die Nachbarn schon geklingelt Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong Noch nicht Bei mir geht der Fernseher nicht Ich könnte dir mal was einstellen Ich starte jetzt mal her Ich höre ihn doch da unten Nein der geht nicht Pfff Ja stimmt da ist ein Schuh im Nervoll Da ist ein Braten in der Röhre Oh Hatte ich Regen übrigens Gar nicht Dann würdest du nochmal versuchen dürfen oder? Ja 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 Was Ja Daran hast du jetzt erstmal zugekauen Eh Spaß Schön Glück Jungs Wir haben Deja Vu Go 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 Die KI macht erstmal Rettungskasse Sehr nett Danke Dann kann ich schön durchfahren Du quetsch dich dann ein Ja ich denke auch Kommt dann zurück wenn du gerade mitten durchfährst Mit Blaulicht Eh nö die Puff Das sieht sehr nach Regen aus Also wirklich in der Himmel Ja also wenn ich so auf das Riesenrad gucke wo die Leute hängen da alle fest Bewegt sich nicht Ist das so Ist das einfach bei Gewicker auch gar nicht Gewickens 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 Ja gewickens Ja gewickens Ja gewickens wieder neu Ja genau Ja Gaw Galla Rechtsangetäuscht Links vorbei Rechtsangetäuscht Links ins Auto gefahren Ja soo Weg gefoult! Was ist das? Du bist bei einem Fußball oder was? Ja, da würde ich mich fallen lassen und faulen schreien Mehrmals überschlagen Aua! Mach da so große Augen so wie Scheinwerfer Ja, da haben wir noch Probleme mit der Kurve Die Schikane, das ist toll für ihn Na, da muss er also hinkaufen Aaaaah! Hahaha Aua! Oh, ok Da haben wir schon mal ins Amt eine Jogelung Erste Große Bin mal eben so bissl aufgestiegen an dem Eckström Aufgestiegen und um die Kurve gedreht worden Nice! Eckström, ey! Mit dir hab ich auch schon ein paar Mal Ich will nicht sagen erfreulichen Kontakt gehabt, aber Kontakt gehabt! Kontakt der außerirdischen Art Hier FUJI Logo einfügen Hier FUJI Logo einfügen Ja, ist 12 Jahre alt und lebt entfernen FUJI KUJI BOSONGSFRESSE KUJI KUJI Wegström 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 du Arsch es macht Platz in dem Moment spüre ich es von hinten das benutze ich eine Rückblende du Arsch hast du mir gehört, liegt super gegeben, Michi, ja die erhupe ich gleich zurück du Arsch du Arsch du Arsch du Arsch Ach Jo. Ich will jetzt nicht einsam zu rennen sein für mich. Du probierst mal in die Box zu kommen, du Dufel. Und dann auch wieder raus zu kommen. Ja, das ist mir doch egal. Es war doch Absicht, dass der da hängen bleibt. Ich bleib bei euch Leute. Und gut dabei, auf der 4. Ich hab auch von 3 gestartet. Ich versuchte Ausmann an Wittmann vorbeizugehen. Ausmann an Wittmann vorbeizugehen. Ausmann an Wittmann vorbeizugehen. So wie ich an Rockenfell. Aber beides nicht geklappt. Aber jetzt innen, wieder Lurge Rockenfell. So, hier jetzt schönes Teamfoto mit Hand. Wird ein schöneres Foto, als das vom Staat aus. Und der Heri. Mujeri. Mujeri. Mit der Piamontkirche. Nein, Rockenfeller? Nein. Das möchtest du nicht. Nein, das möchtest du nicht. Ich glaub, das war knapp. Ich habe einen Hauch Rockenfeller gespürt. Die alte Monstertitte. Bestimmt was von Rotzen. Und sie auf Armtipp. Ich bin zu Rotzen. Die Apotheker. Kommen Sie mit Woche ein Knochen rum. Verschlucken dann plötzlich. Da habe ich was dagegen. Logen Sie ihn wieder auch mit Wirken. Wir müssen Knie. Wir müssen Knie. Nur echt mit diesem Geräusch. Ach, klar. Okay, das müsste ich fein sein. Hey Shitman. Shitman, Shitman. Hier kommt euer Shitman. Ich habe ein neues große Wort für Mitmann. Shitman. Super Shitman. Hier kommt ein Shitman. Die Shitman ist eine schrecklich nette Familie. Hier. Ja, Suzuki auch so ein Klassiker. Auch viele Wärmeentscheidungen gewesen. Mögenst du den Kurs? Ja. 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 Auch so zum Fahren? Ja. Hm? Jake? Ja. Ja. Achso. Jocke? Ja. 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 Weibau? Ne, geht's ja. Damals mal 16 bzw. 17 Rennen waren als Wernentscheidung. Mittlerweile hängt da irgendwo den Karpaten. Da ist mal schön Schumis Reifen explodiert. Das war toll. Wenn es um irgendeine WM ging. Was war denn das? Warte ich um bei Heckinen? Die erste Serie? Ja. Ja, das stimmt. 90 ist in der Reifen geplatzt. Ja, das war schön. Mit Bleifuß. Ja. 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 Ich weiß ja gar nicht was abgewürgt hat. Auf jeden Fall ging es nicht für ihn los. Er musste den Start abbrechen. Da war der Auslöser für den Startabbruch und musste dann von hinten starten. Genau. Ja. Das war noch Zeit. Heute fahren sie wie automatisiert los. Heute würden sie hinter dem Safety Car losfahren. Nee, da kommt er noch nicht los. Das ist ein Risiko für alle. Vettel und Hamilton kommen nicht weg. Jetzt müssen wir noch mal eine halbe Stunde warten, bis ihr so auf das neue booten sitzt. Windows noch mal neue Ruff zieht. Blue Screen. Ja, die haben eine neue Grafikkarte eingebaut. Damit sie in 4K HD noch schärfer wird. 4 Huck. 2 huckw 2 mh ha 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 Gericht Huck die Fürblich wyd Bitte. Es ist noch nicht Metternacht. also wir haben die ganze spitz hier völlig fehler ich würde sich ein schweigen eigentlich fisch sind diese fleischwitze für dich später fisch geschäft und sagt hallo was macht ein leberkranker da wo fliegt sich ein leberkranker auf die faule Haut darf man denn sowas heute bringen ja heute mehr denn je dass man heute gar nichts mehr darf nicht mal seine eigene meinung vertreten ich muss seine eigene alte schlagen also tschuldige ach ist das lustig doch die namen an mir vor und da wir vorbeigeschossen sind unter dir ja jetzt sich die unterführung gerade durchgefahren und ist oben drüber jippie 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 ich müsste eigentlich in die box kommen ja ja es wäre Zeit es ist Zeit je mehr noch Zeit je mehr noch Zeit je mehr noch Zeit Kyo Katayama ja er ist auch hier ein Lokal-Motator gemeinsam wie mit Luchi Ide der ist aber nicht so weit gekommen in der Saison dass er hier noch fahren konnte da war es ja schon Sakon Yamamoto so oder satt doch nahtod da kuma nahtod da haben wir ein paar Radar und Sinaki ach nee mal ein Skispringer entschuldige und der Honda ist ja jeder hund darf auch nicht vergessen Takeshi ist Gas Takagi ist Gas da greifen wir ganz schön beansprucht bei 74% vorne rechts 86 eher wieder mehr 74? 81 na Jocke bremst sich da auch nicht einer weg JA Hallo Schwester ich glaube das ist der Nachteil den der Audi hat ich brem es euch alle zu bohren die Reifenschelle auf Temperatur aber die bauen dann schneller ab das ist ein Problem was BMW in der DTM dieses Jahr wirklich auch hat unter anderem vor allen Dingen Peng den hat das in Misano gleich mal einen Sieg gekostet Musa Musa Lose mit Toren Werke Dr. Hosen auch der Fischgeruch ja Misano war schon geiler Grombri Grombri oh fuck ist der Drecke bei Raze auch drinne? das weiß ich nicht aber ich weiß nicht warum die dann echt nochmal an die Box gekommen sind das ist ein paar um Grenzen hätte ich das dann nicht verstanden meinst du nach dem Safety Car? ähm kurz bevor es wieder zu regnen angefangen hat war das im ersten Rennen oder im zweiten? im zweiten im zweiten den ersten habe ich nicht gesehen aber das zweite war eh spannender oder? die waren beide nicht schlecht aber das zweite war schon ein bisschen spannender ja ja mich hat auch Steffi erst darauf gemacht dass der DTA am Wochenende oh Gott was die Boxe einfach vermisst hättest nicht gewusst wenn wenn Jake nicht geschrieben hätte ja na klar die hatte ich geschrieben ne ich war ziemlich aufgeregt als der plötzlich da vorne fuhr ja und wegen äh dem Österreicher check Österreicher wegen Aua glaube ich weil du sagtest Aua ist so ziemlich ach stimmt ich hab mich auf auf Peng äh auf auf über Aua auf ich verstehe aber nicht warum weil es sonst nicht mir wäre jetzt nichts aufgefallen ne er hat sich ja weggedreht und ich hatte ja da haben sich mehrere weg ich glaube Junker Den oder wer das war die Flasche aber Aua hat die Safety Car Phase ausgelöst und ich hatte gedacht ich hatte das auch noch nicht so ganz auf dem Schirm äh weil es auch noch bisschen durcheinander war dass die meisten durch diese etwas verworrene Regen und Trockensituation fuck dass die äh schon teilweise überrutet sind und dadurch nicht durch die direkt ans Feldrand kam ich hatte mich aufgeregt weil Zanadi und wir fehlen da noch nicht drin man hatte gedacht dass Zanadi dann war durch seinen Vorteil weil ich nicht ganz nahe des Feldes zurück muss weil zurückgeworfen wird so 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 es könnte ja kürzes kurzes Vergnügen wieder geben Uh, knapp, Jake. Ja, das war echt an der Grenze. Jetzt bei 81% vorne. 66. 66%, da fängt das Lehm an. Habe ich jetzt einfach schwein. Also warst du nicht Reifen wechseln? Nee. Weiter, nee. Jetzt erst die Runde mit dem großen Stopp. Doch jetzt den großen Stopp. Aber ich werde wahrscheinlich zweimal die Reifen wechseln. Jetzt schon 66%, das ist das... ...befehlenswert. Nee, nee, da steckt die Ocke hin. Einmal reicht. Ich muss halt sehen, wie viel mit dem Tank ich mache. Dann eh mal... Also zweimal praktisch einen großen Stopp eher mache. Das war ein bisschen ausgedehnt. Mit dem Fotzen? Von Frauen? Ja. Stimmt. Ich höre, siehst du erst. Ihr seid erst auf Frauen verachten! No. Wir sind alles verachten. Immerhin fallen sie uns auf, ne? Okay. Wer stellt denn da wie verrücktes Boxmenü an der Joghurt? Niemand. Okay. Klang grad so. Vielleicht nur Krampf mit deinem Stick. Eigentlich hab ich gar nicht großartig. Oh, wie hot. Ob du meinst? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Jake da wie die Gänge vielleicht. Hm. Das war Jake. Kann gut sein. Die Klickern da. Das sind die kleine Gänge, ja. Dass man die jetzt grade mal irgendwie ein bisschen mehr gehört hat. WIE! Geil! Hallo! Alles vorbei. Hallo Walvo, hallo Jacke. Hallo Walvo, hallo Jacke. Hallo Walvo. Das ist ein Bett. Ja, was Großes. Durch ein Hotelzimmer. Hm, nicht so teuer. Grüßt Walvo. Widerloge. Hallo Jacke. Hallöchen ihr Süßen. Mach mal nachher noch Prosecco auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann danach nicht so schnell fahren, sonst kotzt er wieder. Oh mein Gott. Wie viel Prozent Jacke? Sechsfünfzig. Ja, nehmt die Reifen Ärger ran als die Susi. Haha. Haha. Ja, nehmt die Reifen Ärger ran als die Susi. Haha. Nein, das ist keine Frauenverachtung, die Susi, wie das so. Wenn ihr die Susi kennen würdet, heieiei. Die Susi sind sorglos. Haha. Schlumpf zu Hause. War aber da auch ein großes Stopp gemacht, ja. Mhm. Na klar. Ja. Ja. Hallo Choca. Hallo Choca. Hallo Choca. Hallo Choca. Krass Hallo Tommi. Hallo, mein Name ist Thomas Gottschalk. Mester möchte ich doch. Uhhhhhhhh sprechen von señor Maddo. Tycho kämpft hat sich richtig schön. Bei 180 Kilo machen beide einen Röhrer, sie lassen einen Pfade und grönern der Zerstörer. Der Helle schlägt Bälle auf andere Köpfe. Klingt doch gleich, oder? Wir finden ja. Quietly's advantage Schwarzenegger. Advantage, Arnie. Schwarzenegger mit so weißen kurzen Buchsen, ey. Davon träumt der Jogger in nachts. Dann noch zu mir deine Muckis. Nachts, ja. Mucki! Hallo, ich bin's, Mucki. Muckifurz. Unsere Tante hat ihre Katze Mucki genannt. Wie ein Kater. Ja, Mucki. Mucki. Ja, du bist der feiner Mucki. Ja, der ist von jedem verarscht worden, glaub ich, von jeder Katze. Du bist doch der Mucki, oder? Wie ein Kater. Das ist das irgendein besonderes Wort in Österreich, oder? Nee. Das ist mir einfach langweilig. Die arme Katze. Der arme Kater. Gibt schlimmere Namen. Ah, läuft's vom Spiel. Sie kriegen ein bisschen wie die polnische Aussprache von Mucki. Mucki. Ja, du bist aber ne tolle Mucki. Ja, so heiße ich auch, danke. War auch so geil, wenn sie zu Gast gekommen ist, um den Kater wieder abzuholen, weil sie ab und zu auf Urlaub waren. Da haben wir halt auf ihn aufgepasst, weil wir auch Katzen hatten. Und der hat halt die Stimme von ihr gehört, hat sich unterm Bett verkrochen. Und sie guckt unters Bett und zieht einfach am Schweif an und versucht den halt irgendwie da zu catchen. Und er verheddert sich aber unter Bett und fahrt sie voll an, kratzt sie halt voll. Oh, dummer Kater. Wir haben sie auch gefeiert. Prio steht da. Er steht da im Kiesbett vor Lisbeth. In der Schikane. Da wo du jetzt hinkommst, Jocke. Ja. Da hätte ich die Alte aber auch angefaucht. Mhm. Die geht ja nun ja nicht da. Schwanz schweift Sino draußen. Jo, du kommst mit. Er ist mich Mucki, ne? Ja, Talon am Schwanz zieh, du Böderkuh. Ich will hier bleiben. Wer hat sich so mit allem Vater hart? Muuuuch. Bitte lasst mich hier. Ähm, ich... Jetzt hab ich den Bug. Ich Dederbox. Oh, doch. Jocke, kannst du mal eben reinfahren? Äh, jetzt bin ich schon vorbei. Hallo. Jooo. Jooo. Das ist ein riesiges Fest heute. Hm. Ich bin aber nicht mal in die Box, also... Ich steh nicht mal. Bei mir in der Box. Ich steh einfach in der Box Nein-Fahrt. Geil. Ach, Ficken. Das war so ein guter Grand Prix. Wir hätten es bei 15 Rennplätzen. Was war eure Bestzeit? 1, 54, 5, 3, 7. 1, 53, 7. 51, 1. 53, 1. Hm. Neustart? Ja, wenn wir Dipp nochmal Neustart mit Falk, aber... Danach ist noch Zerrin. Irgendwann ist es dann auch gut. Oh, eng. Oh, nein. Der nächste fällt mir aus. Hallo, Jake. Hallo. Okay. Du hast da eine Boxen-Ausfahrt. Einfahrt. Hm. Ja. Hm. Mal schauen, ob du mich anschieben kannst. Glaube ich nicht hier. In der Box fährt man ja noch da durch. Ich komme! Hallo. Juhu. Ich tanke kurz nach. Hallo. Oh. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Achtmal Jobsefahrt. Oder an Rackfest endlich. Kann das sein, wenn man zu schnell an die Box fährt? Dass der dann irgendwie... Das ist dann auch... Dann fährt man normal durch und bremst dich einfach voll ab. Ja. Von Null. Kann es aber in dem Sinne auch nicht sein, weil wie gesagt, ich bin ja... ...langsam gefahren vorhin. Also, ich bremse ja immer so auf 80 ungefähr runter, wenn ich zur Linie komme. Also, kannst das aber auch eigentlich nicht sein. Mit dem einen Kurs. Boah! Gut. Nächste Aufnahme, die wir nicht... Ei, ei, ei. Hol mir aber was. Wegwichsen. Bis gleich. Boah, schön, Jake. Und das nehmen wir nicht. So hat man eine Folge raushauen für die ganzen Pleiten, Pech und Pannen. Drei Stunden. Wir würden ja froh sein, dass es erst jetzt am Ende der Saison passiert. Damals, als wir die allererste probiert haben. Mit den WNCC Extreme Autos haben wir ja nach dem Pfotenrennen nicht mehr fahren können. Ist offen. Ich hab keinen Bock mehr. Wir können auch morgen fahren. Oh, Bedingungen nass. Ah, wo's im Regen. Dada-da-da-da-da-da-da. Ich bin dagegen. Schön. Schöne Sache. Schikane 1, Schikane 2, Kurve 4, er muss die Kurve 3 geblieben, ihr Arschgeigen, ne? Nordkurve, Kurve 6, Südkurve! Abbruch! Abbruch Kurve! Es brechen, abbrechen. Ach, das ist Avus! Das ist Avus! Alter, verregen ist das echt fieslich. Schikane, ey. Okay, ready. Okay, dann zähle ich runter. 3, 2, 1 und los. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da kommen wir zu unserem WM Abschluss bei der Race 07 WM. Mit dabei ist der Walvo. Servus und hallo. Und der Jake. Hallo, servus, grüß Gott zu haus. Die letzte Strecke in Kanada. Montre-Bropropropo. Wo immer sie ausgesprochen wird. Ich glaube, das war genau so richtig. Nein. Das 17. und damit letzte Saison, wo wir ja ein paar Schwierigkeiten vorher hatten. Ja, ich habe jetzt die Strecke aus Frankreich dringelassen. Er war einfach nur mit einem X hinter jedem Namen. X. X und Pop. Excluded from the Race. Wieder eine neue Farbe-Check? D-N-F, D-S-Q, D blablabla. Ne, ist einfach nur weiß, wie das D-N-S auch. Okay. Der Jake, der muss doch langsam eine Legende rausgeben für den WM-Stand. Ach die, wenn man eine Legende dafür braucht, muss man nur bei irgendeiner Wikipedia Formel-1-Saison-Seite oder so gucken. Und dann hat man eine. Das orientiert sich ja da dran. Aber X excluded? Echt? Das ist auch mal passiert? Ja, das gibt's ja auch. Meinst du so Sachen wie Indianapolis dann? Ich glaube, das wäre so. Obwohl, das könnte auch ein D-N-S gewesen sein. Aber D-N-P did not participate. Aber weiß ich jetzt gerade nicht. Sektor 3 war hier gerade an. Von Jean, 2.12 könnte so ein Excluded sein, weil der wirklich ausgeschlossen war. Die Strecke hat sich der Jake ausgesucht. Man hört die Dankbarkeit in der Stimme. Muss man jetzt sehen, wie man hier so zurecht kommt. Wenn er jetzt auch noch kein Rennen direkt gefahren droht. Ich sehe das auch gerade das erste Mal. Wie man es vielleicht merkt. Das könnte natürlich bei den Boxerstops knallen, ne? Oh, apropos knallen. Wenn du da diese kleine... Du fährst ja an dieser kleinen Schikane, die Joker gerade eben durchfahren hat. Nach Stratziel, da fährst du ja dran vorbei, wenn du aus der Box rauskommst. Joker fährt gerade? Ja. Hä? Ah, oh Gott. Ich fahr ja auch gerade. Entschuldigung. Egal. Stimmt. Ungekehrte Rennfolge. Zett war 6x3. Deswegen sagt er apropos knallen. Die Joker ist ein bisschen rausgekommen, aber das war doch nicht so schlimm. Oh man. Seht's uns nach, Leute. Wir fahren gerade das... Keine Ahnung wievielte Rennen. Zusammengenommen heute ist es das so, ja. Das vierte. Das vierte. Ja, aber die anderen haben wir ja zur Hälfte durch abgeschlossen. Ja, ja. Die vierte Strecke. Joker hat im zweiten Sektor 2,2 Rückstand. Valvo hat 5,7 Rückstand. Die KI fickt uns nochmal zum Abschied. Es hat's ja in der Qualifikation öfter mal hinbekommen. Es wird im Rennen dann auch so. Und bekommt es sagen... 34,8 ist die Fullside. Jokers 14. Mit weiteren 2,2 Sekunden hat er, glaube ich, im letzten Sektor ein bisschen gewonnen. Ui. Aber es waren auch gar nicht alle bisher. Rittmann, Schlüpper, Extrem, Wiccans sind auch unterwegs. Ja, das wird ein guter. Ich habe jetzt noch Platz wahrscheinlich. Ach. Dann ist die Strecke gar nicht mal so lang. So lang. Ja. 24. Also warten wir alle noch auf dieologicalreichen. Los. der world champion alena von 0,6 sekunden und okay scheider vor priori und eckström aktuell der beisler auf der 10 0,6 sekunden sowie eine arus darum sage ich ja das wird lustig müssen wir hoffen dass regen kommt da wahrscheinlich haben wir hier mehr chancen trocknen vielleicht denn durch die gegen pesen dann hat der jack wirklich nur eine chance sagt kurz dem streckenposten hallo ihn mal kurz anrübsen und ich furze ihn an genauso das hütchen muss noch mit sieht gut aus nicht gut aus na gut das war also die qualifikation timo scheider holt sich die pole priori und eckström noch platz 2 und platz 3 und somit auch punkte perfect spengler wird man eng glock werner und weißer kompeten kompeten die top ten werlein green die torres schlupper johnny wiggins junka dela ronfeller hand tamay montara und die drei dubles von der flöten stelle herrlich das ist doch mal ein abschluss rennen dazu kriegt er noch die volle packung saison abschluss gleich dazu die volle packung jetzt noch regen er ist trocken strom schlucht sich der kam von ganz tief der kam von herzen kann das sein ja für ein letztes renn dieser saison musste einfach mal von ganz tief ins herzen kommen in der kurve du kannst uns noch etwas zu sagen bevor wir die gleich weg schlucht schlucht ist hohenanalyse hast du einen riesen so viel spaß für glück na dann viel spaß für glück letztes rennen ich bin geil handschuhe an und go die ziehen uns doch ab und wenn ich den start schuze hallo die waren wir an wof die wof aldiut na da bist ali hahahaha Ohohoh, Jukadella! Ohohohoh, Jukadella. Das ist mal klar. Das ist mal die Haupe weg. Das macht der Clownie. Joga gegen Götz. Nein, nicht noch hinzacken, Entschuldigung, Entschuldigung, ich glaub ich gibt noch ein paar Punktabzüge am Ende, scheiße. Ich mach mal den Wilka-Fader vor die Konkurrenz gerade, diese Aktion. Alter. Hat nen Kurs. Jo, bin raus. What? Meine Schuld? Nö, meine Schuld, ich keine Schuld. Aber weil vielleicht Götz da nach hinten und du den begegnet bist? Was war denn los? Ich hab damit angefangen, dass Walvo zu weit rauskam und mich beim Zurückkommen touchiert hat. Okay. Ich hab noch mal den Packung Götz. Oh, mein Gott. Die Kurve magst du Clown, ja? Vor allem, wenn die Gegner mir so wegfetzt, wie sie genau begegnen. Nö, ein Spears. Das rennt man nicht in die Wertung auf. Nö, ein Hand. Na, gewinnt die KI nochmal zum Abschied. Alter. Ja, klar, du. Junker Teller. Junker Teller. Ausgerechnet Junker Teller. Nalo Clowny. Schnapp die Junker Teller. Weg du Assi. Boing. Oh, was tritt. Was war denn das? Hast du mich berührt? Das ist aber nett gesagt. Der Clown. Der ist heute auf Agro. Auf Agro gebürstet. Gibt heute nen Kill Clown da. Wunder hat bislang... ...jemanden abischt hier. Ich hab das Gefühl um Kardella, wenn er mir zu nahe kommt. Ich denk, dass du... Ich hab das Gefühl um Kardella, wenn er mir zu nahe kommt. Ich denk, dass du... Die kreis ist so... Aufein undparent... ...nei. Den habe ich auch schon seit... ...Grunde 1, als mir irgendjemand irgendjemand... ... irgendjemand reingepfeffert hat. Irgendwer hat mich in dich reingepfeffert. Dann hast du dich bedankt und bist dann beim Zurückkommen nochmal in mich reingepfeffert. Zurückgepfeffert. Ein oder zwei Kurven später. Das ist ein schönes Pfefferrennen. Dann knallt mich dein Jockel noch weg. Fuck. Das war's. Ernsthaft? Du hast aber noch alles gereift. Ach komm, das macht doch so viel Spaß. Hört sich denn. Ich hab ja auch schon... Ich hab gedacht, hier bin ich jetzt noch ein. Einer. Wollen wir das nicht lassen? Oh Gott! Und gleichzeitig synchron schießt die. Jockel und Walvo, was zieht hinaus? Ja. Ich hab's. Huch! Huch! Da hätten wir auch die... die acht als letzte drin nehmen können. Habe ich doch gesagt. Ich hab doch jetzt draußen... Ja. Hast du das weggefeuert? Ich bin einfach da die ersten Kurven rüber gedonnert und habe mich dann den Hike nicht mehr gekriegt. Wenn nicht mehr. Wo haben wir den Haupt-Sony-Rittersportmann? Mit ganz hinten. Der perfekte Abschluss. Da hab ich's weggepfeffert. So gut war ich meistens immer bei Rackfest um die Gegner zu treffen. Ja ne, viel Zweck hat das echt nicht mehr. Aufhängung ist dezent im Arsch. Ja, Saison-Review noch machen? Ich mach jetzt bestimmt kein Saison-Review, während ich dabei zuschaue, wie du auf Platz 23 hinterherknallst. Ja was denn sonst? Ladebildschirm zugucken? Ich dachte jetzt... Nehmen wir mal über Puffbewertungen. Kannst du welche empfehlen, Joe? In deiner Ecke? Ne, tut mir leid. Aber in Österreich geht's ganz gut. Da kratzt man sich mal eben und fährt in die Wand. Kratzt man sich mal eben? Ja wo denn, hä? Ja wo die Sonne nicht scheint. Hm, du hast doch schön stinkt der. Waaal! Ja das war's. Die Trobs-Code hätten wir noch niemals abgeschlossen, sind wir doch ehrlich. Joe Aline, die Ecke hier ist doch Verführungsschutz alle. CDU, ach nee, CDU. Ach du Kacke. Das ist der Wäufer. Das ist grad zu wenig. Naja, was war's? Wie das auch? Da kommen sie gleich, ne? Man hört's? Ne, Quatsch. Ne, ich glaub die fahren da immer. Naja, aber Walvo hat der schon... Boah, Alter. Der raucht ab. Der raucht aber sowas von ab. Ne, eh. Alles gut, alter Schwier. Aber hallo. Ja, da wer, wer. Hру. Ja das war's, woher denkst du. X Crew ist tot. Ach ja. Arrisch. Wen hab ich denn da lieben gelassen? Wie ist n Erste? Prio. Prio, kannst du mal n Check schicken. und jetzt so keine ahnung was wir jetzt machen vollbringen soll man ja noch mal ausprobieren ich habe keinen bock mehr ich habe auch kopfschmerzen von dem kopf hast zehn kilo auf jeder seite stein zeit das sind meine neuen kopfhörer oder wir probieren es hat morgen noch dann hat irgendwann gegen neun oder so das passt schon j kippt gleich weg ja dann kann man hier abbumseln was das für heute liebe leute dann aber nicht die strecke ich suche was anderes das war ja wirklich die größte scheiße zum schluss ey kai war ziemlich starker strecke an sich etwas stärker aber eigentlich wollte man die kann ja noch stärker haben die saison wenn man sich so wie er die wm stand ja generell anguckt ja hat nicht ganz geklappt mehr rennen so wie in imola wären schön gewesen imola war keine strecke für mich ja ich meine jetzt von der art des rennens her da war die kai halt gut dabei eine tieferin und die fresse und eine strecke für mich die fresse also fresseln komm rüber du grösser spargel schwarzer spargeln mann du schwarzen klamotten Ich spürst gleich einen schwarzen Spargel. Der weiße Spargel hinten eingeführt und kommt rot wieder raus. So, na dann wende ich da auch mal die tolle Aufnahme. Und mega Laune gemacht. Ich geh ins Bett. Ach du Kacke. Gute Nacht. Auf Wiederlurge. Auf Wiederlurge. Ja, bis morgen dann, oder? Jo. Oder so, den sehen wir nie wieder. Bloß weg hier. Der lässt sich einen neuen Pass machen. England. Ich bin dann mal weg. Auf Wiederlurge. Ciao. Oh Mann, da kriegst du auch einen an der Erbse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.